kommt sie nun die wende bei den indizes oder ist das alles nur ein zwischenspiel und alles bleibt beim alten wir sind weiterhin bullisch na gut wollen wir uns angucken der dow jones hier der future zeigt zumindest mal vorsichtig allerdings wir sind noch mitten am tag und ehrlich gesagt eigentlich die amerikaner haben gerade erst angefangen aber das was wir hier im moment sehen auf tagesebene könnte vielleicht heute abend ein shooting star werden was eine umkehrkerze ist die will ich aber noch nicht so sehr betonen denn wie gesagt die ist erst dann wirklich nur umkehrkerze wenn sie fertig ist das wird ja erst heute abend so sein nur jetzt schon mal zum augentraining wenn das heute abend so aussieht der höchste punkt ist das ist es ja aktuell und ungefähr so aussieht wie ebenso ein typischer wendeanzeiger wären brüche auf der unterseite durchaus insbesondere nachdem wir ja nun das allzeithoch gesehen haben beim index ein zeichen dafür dass es deutlich nach unten gehen kann das sollte auch vielleicht für die intra der händler von euch heute interessant sein damit ich mir die bewegung hier angucke ich mache das mal so ein bisschen größer das ist das fünf minuten chart bild das war 11 uhr 20 heute abend das hohe heute abend sei schon heute nachmittag nein heute vormittag oje oje nicht so einfach mit den verschiedenen zeitzonen nein deutsche zeit vormittag 11 uhr 15 20 irgendwie sowas in der richtung hat der kurs eine relativ starke abwärtsseite hier gezeigt und man könnte der meinung sein das ist eine neue trendrichtung jetzt wird es ganz ganz entscheidend sein ob das was wir bisher gesehen haben mit einer korrektur beantwortet wird oder mit einer starken bewegung eine korrektur dürfte klassischerweise wenn dieses gesamte abwärts ding hier korrigiert wird irgendwo in die mitte laufen das kann man präzisieren indem man fibonacci nimmt startpunkt der bewegung das da oben endpunkt aktuell ist das tief hier also der vorläufige endpunkt dieser überlegung dann wäre diese fibonacci zone interessant als ein mögliches ziel als ein typisches als ein klassisches ziel für rücksetzer das muss nicht immer exakt so sein aber es wäre zumindest mal so eine richtung in die das ganze eben laufen könnte also ihr seht hier das wäre eine zielmarke und wenn der kurs dort korrektiv rein läuft irgendwo in diesem bereich dann wäre das ein deutliches zeichen korrektiv noch mal nicht diese linie das hier zu zeigen entweder eine gegenbewegung mit vielen überschneidungen dass man einfach sagt okay das sind einfach mehrere bewegungen die hier hin und her gehen und diese gegenbewegung also abwärtsbewegung dass wenn das sich überschneidet wäre das ein zeichen dafür dass der ja dass der markt hier korrektiv im moment nach oben geht die andere variante ist dreiwellig so wie hier zum beispiel a b c so wie hier zum beispiel a b c das sind zeichen dafür dass es die falsche richtung noch ist und dass es zumindest noch mal ein stück weiter geht wenn es die erste korrektur ist kann man vielleicht sogar sagen geht es das gleiche stück noch mal wenn es eine späte korrektur ist also schon mehrmals korrigiert hat dann weiß man nicht genau wie weit es geht aber dementsprechend entweder das wackelige von eben oder a b c das wären anzeichen und wenn dann der kurs solche zwischentiefs hier reißt oder von mir aus wenn er hier irgendwie so gelaufen ist solche zwischentiefs reißt dann sind das klare short chancen die wir zumindest immer wieder versuchen zu nutzen also das ist etwas was man durchaus im hinterkopf haben kann natürlich kann man dann auch gucken wenn wir hier ja erwarten dass der kurs dreht und dann so eine art shooting star oder irgendein anderes wende anzeichen hier ist das kann ein evening star sein das könnte ein engulfing pattern was auch immer sein wenn das hier dann eben stattfindet naja das wäre dann vielleicht auf der oberseite sogar schon geeignet für den ersten short versuch also das ist die erste geschichte die der markt leisten muss das hat er gemacht für die abwärts richtung die nächste ist korrektiv nach oben wenn das passiert geht es weiter in der short richtung wenn entweder hier getriggert wird oder da irgendwie ein wendeanzeiger ist ihr könnt auch andere anzeichen dafür nutzen aber das ist ein ganz gutes zeichen wenn diese starke abwärtsbewegung jetzt gekontert wird mit einer bewegung die so aussieht das gibt es auch ja also nicht dass ihr sagt ich habe ja noch nie gesehen gut hier würde man jetzt sagen guck mal hier gab es das vorsichtig das waren drei weller und drei weller wissen wir ist nicht die hauptsächliche richtung es geht also eigentlich nochmal in die andere richtung aber wenn wir so eine starke bewegung haben kann der markt trotzdem manchmal steil nach oben gehen zum beispiel am ende eine seitwärts korrektur das lasse ich jetzt mal so im raum stehen provis unter euch wissen schon was ich meine für die anderen muss ich das ein andermal erklären aber nicht jetzt im nachmittags update so also ihr seht wenn wir hier das mit sowas bekommen dann ist die erwartungshaltung bei der nächsten korrektur long und ihr wüsst ich habe überhaupt keine ahnung welches dieser beiden bilder kommt das schicke ist aber ich kann das von dem in der regel gut auseinander halten so eine bewegung könnte ich von so einer ganz klar unterscheiden das heißt ich habe nicht verwechslungsgefahr und weiß okay der short oder ich weiß der long ja also insofern achtet darauf wenn ihr das hier heute nachmittag kriegt dann habt ihr vielleicht sogar schon eine ganz frühe indikation noch bevor diese kerze tatsächlich dann mal fertig ist und man daraus vielleicht noch was rauslesen kann ob man da was draus machen kann zumindest mal im nachmittagshandel für die aktiveren aber auch für die die jetzt das erst abends gucken wenn der markt eigentlich schon durch ist oder am wochenende gibt es ja auch einige die sagen ich schaffe das nicht immer die können sich diese internen verhaltensmuster auch wenn sie nicht live am chart mit dabei sind ja im nachhinein angucken um zu erkennen sind wir jetzt häufiger steil abwärts und eher schwach nach oben dann sollte man sich ernsthaft die frage stellen ist das noch eine gute idee long zu gehen oder ist das noch völlig in ordnung da wir jetzt ganz häufig schon gesehen haben dass der markt zwar mal so ein bisschen schwäche gezeigt hat aber ganz schnell sich wieder gefangen hat und dann doch nach oben lasse ich mich da gerne bestätigen und nicht hinreißen dann mache ich jetzt schon mal vorher da irgendeine aktion sondern tatsächlich will ich erst sehen dass die marktteilnehmer da diese aktion machen und dann dann entsprechend einzusteigen das interessante ist das ist nicht einheitlich bei allen indizes der s&p sieht auf tagesebene ähnlich aus wir sehen allerdings dass hier die abwärtsbewegung diese größe der korrektur da hat man vielleicht schon den eindruck entschuldiger du hast eben vom dreiweller gesprochen könnte das nicht auch ein dreiweller sein ja ich weiß was ihr meint je undeutlicher es ist und zugegeben beim s&p ist es deutlich undeutlicher als beim dao je undeutlicher es ist desto weniger trade ja also wenn man so will also je undeutlicher das bild ist desto weniger fühle ich mich dann berufen hier eine entscheidung zu fällen um da entsprechend mitzumachen also der s&p gefällt mir da deutlich weniger guter da muss ja auch noch seine bringschuld erfüllen da korrektiv hoch zu gehen hier gefällt mir das nicht weil das doch deutlich größer noch mal ist beim dao ist es zwar auch ein bisschen unterschiedlich groß die untere korrektur und die oberen aber da ist der unterschied nicht ganz so groß es besteht also ernsthaft die gefahr oder chance je nachdem wie ihr es seht wir sind ja noch gar nicht im bärenmarkt das dreht ja alles noch diese kerze kann heute abend noch genauso aussehen wie diese oder vielleicht sogar wie die vielleicht jetzt am freitag nicht so sehr zu erwarten dass es heute abend noch passiert die messe ist für viele gelesen aber wir haben verfallstag und wir wollen mal gucken wie da noch mal drauf reagiert wird wie da vielleicht am abschluss noch mal der eine oder andere marktteilnehmer auch größere marktteilnehmer institutioneller player noch mal in die tasten greift und dann entsprechend da versucht noch mal eine bewegung mitzunehmen also behaltet das mal im auge aktuell s&p was das angeht aus meiner sicht ein bisschen anderes bild und der nasdaq ein komplett anderes bild beim nasdaq sieht es gar nicht so doof aus wochenchart immer noch total bullisch also die woche war ja wohl mega tageschart aktuell wie gesagt die kerze läuft ja noch aber aktuell auch keine anzeigen für die schwarze hatte hat man auch den eindruck da geht noch was auch dieser anstieg deutlich heftig und intraday ihr seht das bild ist hier ein komplett anderes im 5 minuten chart komplett anders als beim dow jones es gibt ja also im moment gar nicht die ambition für die short seite trotzdem könnte ich mir vorstellen bei diesem anstieg dass wir jetzt mal irgendwie nach diesen dingen hier vielleicht ein päuschen wäre vielleicht nicht schlecht aber ihr seht schon naja dann wäre ich eigentlich eher wieder auf der long seite gewillt wie kann das sein dass der dow short ist und der dachs long ist glaubst du entschuldigung der nasdaq long das glaubst du selber nicht naja denkt daran erstens mal die müssen nicht immer gleich sein guckt euch mal die verläufe der letzten vielen monate an nicht jetzt im november da haben wirklich alles auf dem weg nach oben was beine hatte ist nach oben gelaufen aber die laufen nicht immer exakt gleich und abgesehen davon vergesst niemals selbst wenn ihr beide trades macht zum beispiel falls es nachher beim dow so ein bisschen für die short seite aussieht es kann ja sein dass ihr nicht mal getriggert werde weil der wird werdet weil der markt dann doch nach oben geht punkt 1 und zweitens selbst wenn wenn ihr den trade so aufbaut wie ich euch das normalerweise zeige dann ist die verlustseite viel kleiner als die gewinnseite und das kann durchaus reizvoll sein dann macht ihr beim einen einen kleinen gewinn beim anderen aber einen deutlich größeren gewinn in der summe bleibt ein gewinn übrig und das ist egal in welche richtung der markt nachher läuft und das ist ein attraktives ding was durchaus lohnenswert ist im hinterkopf zu behalten selbst wenn ihr sagen naja aber dann verliere ich ja bei einem jaja aber ihr gewinnt ja mehr bei dem anderen und dann kann euch für den heutigen nachmittag die richtung quasi egal sein weil bei einem werdet ihr gewinnen bei dem anderen werdet ihr verlieren aber die summe hat eine gute chance positiv zu sein aus der geschichte so richtig bärisch habe ich hier den eindruck noch nicht zumindest mal bei den techy märkten und deshalb ist auch der s&p der ja sehr nasdaq affin ist alleine aufgrund der gewichtung der magnificent ich kriege es immer nicht raus hier der großen sieben magnificent ich muss das mal üben hier magnificent magnificent so heißt es magnificent seven die da natürlich eine große rolle spielen die technikaffinen titel auch im s&p deshalb ist das natürlich ähnlicher hier während der dau noch mal so sein eigenes lied singt was das angeht ja und der dax naja der dax hat so ein bisschen geschwächelt nachdem wir gestern schon mit dem riesen punktgewinn hier eröffnet haben mit dem gap hier über die 17.000 knapp aber immerhin drüber ist er jetzt runter gekommen und wir sind nicht mehr so weit weg vom wochenende und zwar zum börsenschluss und damit scheint der dax ein short signal auf wochenbasis ausgebildet zu haben und das ganze in einem szenario wo man sagen kann naja also irgendwie hat man ja schon den eindruck den eindruck dass das irgendwie eine starke impulsbewegung nach oben ist ich vereinfache jetzt mal also irgendwo hier war eine mittlere pause zack hier war eine mittlere pause dann hier noch mal sie ist noch mal weg also irgendwie hat man schon den eindruck wenn er jetzt fertig ist ist ja auch mal okay also es droht tatsächlich beim dax dass er in den nächsten tagen hier im kassa über den kassakursen ein rücksetzer eben erfolgt wir haben neue allzeit hoch sie haben alles gesehen was wir mussten alle sind glücklich und froh da mal eine pause zu sehen irgendwo hier in dem mittleren bereich wäre weder eine schande noch ein drama also rechnet damit dass es vielleicht dann jetzt nicht mehr vom wochenende so schnell geht das nicht aber in den nächsten tagen tatsächlich vielleicht mal so ein bisschen abwärtsbewegung gibt vielleicht bleibt er an der oberseite also klassische zielmarke wäre ja hier irgendwo in diesem bereich fibonacci wer es nicht genau sehen kann 16.100 bis 15.500 das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern vielleicht schon mal vormerken wenn ihr selber aktiv werden wollt beim dax auf größerer zeitebene wäre das zumindest mal ein klassischer trigger der für die short seite nicht uninteressant ist na gut das ganze am verwaltstag mit besten chancen dass sich danach ein bisschen das bild ändert wir sehen im fünfminuten chart hier ist es heute hier auch nun ziemlich zügig runter gegangen noch mal also man hat nicht den eindruck dass aktuell zumindest mal die daxianer massiv auf die kaufseite drücken also insofern scheint hier das bild nach wie vor wie beim dax und dao wie wir es in der letzten zeit sehr häufig hatten sehr ähnlich zu sein und s&p und nasdaq sehr ähnlich zu sein im moment mal wieder ein bisschen gegenläufig von der idee aber durchaus nachvollziehbar denn dax und dao mit neuen allzeithochs hätten es verdient s&p und nasdaq die sind da vielleicht noch ein bisschen mehr auf dem weg nach oben wir werden sehen ich drücke euch auf jeden fall die daumen dass ihr zu der richtigen entscheidung kommt ganz liebe grüße und bis zum nächsten mal